Jo Freunde was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir mal GoaBox. Es ist so ein Sandbox Modus wo man gefühlt alles machen kann. Sehr interessantes Game. Und ich kann euch ja mal zeigen was man hier machen kann. Ich gehe hier auf dieses Menü. Gehe dann eventuell hier drauf und eventuell hier drauf und nehme eventuell das hier. Und dann kann ich das hier machen. Guckt euch das an. Oh ja. Dieses Video wird heftig. Ähm ja auf jeden Fall kann man hier viel machen. Man kann hier Sachen zusammenbauen und alles. Ähm Hallor oder sowas. Das heißt wenn ich jetzt hier ein Ballon oder? Da. Ja löschen kann man es auch. Und gut. Wollt jetzt eigentlich nicht aber egal. Man kann hier sehr viel machen. Oh mein Gott. Ich hab mir das noch nie so richtig angeschaut ne. Was? Funktioniert das? Was wollen wir hier? Warte mal weg damit. Hoppla. Ich wollte es ihm anmachen. Geht das? Geht das? Hallo? Ui. Ne ne. Na gut dann nehmen wir das mal. Kann das? Geht das? Kann man das? Nein. Ich wollte das nehmen. Ach egal. Gut. Dann. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Okay. Das haben wir. Warte mal. Lass mich mal das. Jetzt irgendwie eine AI. Nehmen wir mal hier das. Zack. So. Moin. Jetzt. Achso ne jetzt. Jetzt nehmen wir das. Haben wir das noch? Okay. Gut. Wie dreht man das jetzt? Rotate? Wahrscheinlich eher. Ja. Ne. Ne. Doch. Er. Ah. So. Moin. Das ist okay. Dreh ich das einmal. Oh. Nicht loslassen. Ne. Nicht das wieder. Jetzt muss ich das nochmal drehen. Okay. Und jetzt. Nicht loslassen. Oh. Ah. Das ist doch gerade. Bitte. So. Dann bin wir da rein. Science. Ja. Hey. So. Was passiert jetzt? So. Die Baumel durchs ... Oh Gott. Aber wir sind in den Augen noch offen. Kann man retten? Kann man das retten? Oh. Wir werden ganz viele jetzt one, 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 freunde. Zack, 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 zack. Hallo. Moin. Ne. Du kommst mich nicht mal rein. helfen. Aber ihr braucht gleich Hilfe. Oh, oh. Oh mein Gott. Jo. Ja, das Auto ist noch zu sichern, ne? Also das Auto geht noch gut hin. Kann ich damit fahren? Ha! Oh mein Gott, ich kann mit dem Auto fahren. Oh, ich habe eine Idee. Okay, Freunde, das da. Ein Krimineller. So. Schönen Gas geben und zack, Junge. Alter. Oha, das Auto hat die sogar wieder Willkommen. Das ist cool. Und die Restlichen hier. Oh Gott, oh Gott. Vorsichtig, Jungs. Okay, Freunde, ich habe hier jetzt mein Sportwagen. Und da hinten steht jemand an den Baum. Guck dir das an. Oh mein Gott, ich bin schnell. Auf den Weg! Oh, uns geht's auch nicht so gut. Oh mein Gott. Uns geht's ja auch gar nicht gut. Geht's schon gut? Ich würde schon sagen, schon, ne? Oh. Ah, ich hatte zu viel Schmerz und ist deswegen erst weggegangen. Okay, so. Oh, der wird gut, ne? Gibt es Fallschaden? Ja. Oh nein, wir sind gestorben. Okay. Egal. Äh, Antwort. Ja. Es, ähm, es gibt Fallschaden. Oh, jetzt sind wir hier. Oh, es gibt einen Hafen. Gibt es auch Boote? Boote? Ne. Hier, äh. Er? Ja. Es gibt Helikopter. Ich habe eine neue Idee. So, Freunde. Er hängt jetzt hier in der Luft. Und ich habe nur so richtig viele Idee. So. Äh. Wie macht man das jetzt an? Äh. Ah, jetzt so. So, okay. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen da hin. Jetzt gehen wir runter. Nein, ich habe ihn zu öffnen. Warte mal. Wir machen es nochmal jetzt. Mach's ja nochmal weg. Machen wir hier nochmal. So. Jetzt hier, zack. Bleib da. So. Ob das funktioniert? Ich weiß nicht. Die fliegt der schon durch. Ich weiß nicht. Und? Ne. Das fliegt durch. Oder? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Okay. So. Gut. Dann müssen wir einen anderen Weg herausholen. Mal gucken. Oh, ja. Ich habe eine Idee. Ähm. So. Ähm. Ja. Was gibt es denn hier noch? Alter. Was ist denn der Shadow auer? Alter. Wuh? Alter. Was? Wuh. Wie stark. Whoa. Ist der überhaupt? Also. Kann man überhaupt gegen den was machen ich nicht nicht auf dem platz oh mein gott alter was das ist wo ich hingeholt war wenn ich jetzt auch so ein schädling und jetzt auch so einer einmal kann man selber nicht die kamera mit ich habe auch eine dinge ich kann nicht mehr sporen nicht ich kann jetzt erst vor er ist nie gelungen ja ne das war schon ich glaub jetzt die ganze Zeit er rennt weg er hat wenig lebt Okay, Reload Level. Okay, was kann ich denn als nächstes Kind geben, denn man kann hier wirklich viel machen, aber... Ja, ne... Reload, was? Oh mein Gott, ich hab ne Idee, Freunde, wir sehen uns gleich, ich hab ne Idee. Okay, Freunde, ich hab jetzt irgendwie, irgendwo in der Map, random Leute gespawnt, die mich angreifen. Wir werden gucken, wie lange sie überleben können. Hier unten ist jetzt hoffentlich ein Timer, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Die müssten hier irgendwo sein. Ich hab nur zwei Sachen, das müssen hier nur folglich sein. Oh Gott, da ist der nächste. Da ist der nächste. Da kommen die nächsten. Und weg. Die können halt überall sein, ne? Und seit ich muss weg. So rüber! Ne, geht's, geht nicht, okay. Die sind irgendwo welche. Oh, ich hab da drin, oder? Ich hab da drin. Ich glaub ich hab ihn. Oh mein Gott, einer, oh Gott! Einer trifft mich richtig. Oh mein Gott, ich hab da drin. Lauf, lauf, lauf. Oh, ich kann nicht mehr richtig rennen. Das rief mich nicht. Oh, woher kommst du denn? woher kam er ich glaube so lang kann ich so lange das ist echt schwer wurden einmal richtig steuern was kriegen wir die noch? oh Gott, ich muss uns beeilen die kommen mir immer näher ey alter, oh, oh was ist denn passiert mit dem Jungen, greif ihn noch einmal an das ist ja, machs und schack, hab ihn da den auch noch kommt schon, schack Lets go, Freunde schack, fahrt den schack oh, oh! Pflop, Pflop, Pflop die, ich hab' aber rein so gefällt ich kann nicht mal richtig rennen es ist so völlig Ich bin da oben! Oh, ich bin da oben! Das ist nicht so. Das ist nicht so. Finde ich hier. Ich schaue dir das! Nein, ich bin da oben. Oh, ich bin da oben! Ja! alles klar die gab oder wie lange habe ich jetzt überlegt überlebt das weiß ich nicht okay freunde danke fürs zuschauen das war eine runde gorebox wenn es euch gefallen dass ich lasst gerne ein like und ein abo da für mehr oder schreibt mir doch mal ablohnen soll